Wir als angehende Kaufrauen für Spedition und Logistikdienstleistungen sorgen aktuell dafür, dass FFP2-Masken pünktlich dort ankommen, wo sie benötigt werden. Zu diesem Zweck fährt Kreis insgesamt über 4.000 Fahrten im Jahr. Das sind circa 4,6 Millionen Kilometer oder auch 150 Mal um die Welt. Logistik ist da, wo wir sind. FFP2-Masken